malzeit freunde willkommen zurück bei fortnight und der nächsten herausforderung von woche 2 und zwar jete unkraut bei realität setzling das ganze fünfmal ist wieder mega einfach nein das war der falsche knopf ich mag mir mal die herausforderung und gehen spiel und zeigt euch wie das ganze auszusehen hat so freunde ich auf meiner karte leider kein setzling mehr das heißt wir springen hier bei reality falls ab und suchen uns den setzling von irgendeinem anderen spieler hier ringsum reality falls gibt es die dinge an massen dort haben wir zum beispiel schon mal ein der sieht sogar reif aus genau und wenn wir den ernten können gibt es hier auch unkraut und immerhin sagt sagt und sagt auch schon mal drei von fünfmalen gemacht sind jetzt hier auf den sack und das ganze machen weil dreimal und ja quatsch dreimal drei maus gemacht das ganze machen wir fünfmal und danach haben wir das ding sicher freunde in diesem sinne ihr wisst bescheid macht so